Aus Köln, 55 Jahre alt, wie gesagt, aus Köln, 116 Kilo sein Körpergewicht, heute erstattet super schwer, 202,5 Kilogramm, auch die hat er letztes Jahr geschafft, das wäre die gleiche Leistung, wenn man die jetzt macht, wie er im letzten Jahr auch geschafft hat. So, da war doch richtig los, ich habe gleich gesagt, er soll mehr machen heute, 202,5 Kilo für Walder Koda in der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020